Norbert! Kommst du runter? Ja, ich komme. Na, was sagst du? Mensch, einfach klasse. Und die schnittige Form. Fabelhaft. Ja, wenn schnittig. Ist das eurer? Ja, das ist Vatys neuer Torne 17M. Viertürig. Da kommt auch unsere Oma bequem rein. Und der große Kopferraum. Was da alles reingeht. Mann, allerhand. Und wie viel Platz da drin ist. Ja, sogar zwischen Onkel Herbert mit seinem Bauch. Und Tante Käthe sitzt sich noch ganz bequem. Und dann die Sicht. Da kannst du die ganze Straße sehen. Und wie der abgeht mit seinem 1,5 Liter Motor. Mensch, das mit euren 17M. Das muss ich gleich meinem Vater erzählen. Das muss ich gleich meinem Vater erzählen. Das muss ich gleich meinem拉 sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017